So, was haben wir denn hier? Centurio. Kämmt er schön am Haus da hinten rum, oder was? Das kann ich aber überhaupt nicht leiden. Und Nemesis gammelt sich da hinten auch noch schön ein ab. Aber wir haben irgendwie gerade keine Granate mehr. Shit, shit, shit. Na, komm her. Zack, zack, zack. Oh, fuck, die Dinger sind wieder schnell. Ich nehme lieber mal eine Schottie raus. Na komm, na komm. Ach, was wird mir denn da hinten? Lass mich doch erstmal diese Nemesis scheiße. Oh, der schießt irgendwas auf mich. Keine Schilde mehr, keine Schilde mehr, keine Schilde mehr. Ich. Tod? Hahaha. Wer hat's drauf? Shepard hat's drauf. Wer hat's drauf? Shepard hat's drauf. Komm, aber ich kann nicht auch noch erledigen, wenn ich die olle Bitch da vorhin auch erledigen konnte. Aber mit ihrem schwulen Rauch hier die ganze Zeit. Ich könnte kotzen. Und dann kommen sie auch noch, du Heilige. Ach, du Heilige. Da geht's mir zu viel ab, da geht's mir zu viel ab. Zack. Oh, oh. Zack. 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 Und? Oh. Na, 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 na. Na komm, na komm. Na komm. Ach, scheiße, ich hab keine Muni mehr. Oh, oh. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Komm, verschwinde aus der scheiß Deckung. Was machst du denn, Shepard? Ey, 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 ey. Jetzt eskaliert's hier. Ah, das kommt mir. Was ist das denn eigentlich? Ich dachte, es wär ein Mad Kid. Naja. Ist ja alles halb so schlimm hier. Alter, wat? Wat wollt ihr denn von mir? Ey, wenn ich wüsste... Lol, da hinten. Da hinten von der Seite. Scheiße. Gut, dann machen wir hier mal schön fortfahren ganz schnell gediegen. Jetzt weiß ich auch, wo die mich die ganze Zeit abschießen wollen. Hau ich mal ganz schnell nach da hinten ab. Da kommen sie nämlich auch. Die Idioten. Boah, das wird jetzt hart, ey. Das sind mindestens fünf Nemesis, ne? Das wisst ihr hoffentlich schon. Na komm, was nehmen wir denn hier? Die Schneiber. Nehmen wir mal die Schneiber. Ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die kann ich doch hier mal... Schön gediegen mal. Da kommt doch gleich einer. Zack. Nice. Fast schon tot. Zack. Nemesis, äh ne, Centurio ist sofort tot. Das ist richtig geil. Alter, wie er mich erwischt. Ey, heftig. Mega-Shit. Heftig. Wie sie mich gleich alle erwischen. Zack. Boah, alter. Voll den Kopf weggeknallt. Zack. Boah, die Schneiber ist ja richtig fett, alter. Wieso habe ich die noch nie benutzt? Das kannst du keinem erzählen hier. Das kannst du auch keinem erzählen hier. Zack. Geheil. Ha, ha, ha. Geheil. Na komm, na komm. Zack. OP, alter. Richtig. Na komm, na komm, na komm. Was ist denn los? Oh, leider verfehlt. Noch fünf Schuss haben wir. Noch fünf Schuss haben wir. Na komm raus. Komm. Put, 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 put. Zack. Lol, der ist nicht tot. Der ist nicht tot. What? Nur weil ich ihm in den Arm geschossen habe, oder was? Ach, so eine ranzige Scheiße. Zack. Ja, so geht das nach. Oh, oh, oh. Wen haben wir denn da? Zack. Ah, die haben wir auch nicht gescheit erwischt, ne? Ein bisschen enttäuscht hier. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Lol, 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 lol. Was geht hier ab, Alter? Boah, was geht denn hier ab für eine Scheiße? LOL. Jetzt kommen sie auch noch von rechts, Alter. Boah, und was machen meine Teamkollegen eigentlich? Ich meine, die nicht rechts da rumgammeln? Hm. Na gut, mir das war auf jeden Fall keine schlechte Idee. Pam. Ja, natürlich stirbst du nicht. Ey, was war das denn? Vorhin immer ein Hit und jetzt nicht mehr, oder was? Na, komm her. Komm hoch, nimm es ist low, Bob. Ich kann auch so lange warten wie du. So ist, lol, lol. Alter Schwede. Was ist denn heranzige Scheiße, die jetzt hier abgeht? Ich treffe sie halt überhaupt nicht mehr. Ui, 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 ui. Ey, was wollt ihr denn? Danke, dass du auch mal stirbst hier. So, und ihr beschützt mich jetzt hier mal. Ja. Wäre nämlich ganz nice von euch. Was haben wir hier? Ein Zenturio gammelt da hinten irgendwo durch die Gegend. Und ihr da hinten? Na, komm. Putt, 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 putt. Alter, jetzt geh doch rauf, ey. Boah. Oh, oh. Oh, oh. Da ist ein Nemesis. Zack. Headshot. Ähm. Kollege. Lol. Sonst noch wer? Sonst noch wer? Ja. Die Bitch da hinten, natürlich. Ja, 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 ja. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Komm her, bitte. Bitte, bitte, beschützt mich. Bitte, bitte, beschützt mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Jawohl, schön gemacht. So muss das nämlich hier laufen. Und da, zack. Headshot. Und da hinten ist noch ein Centurio. Der ist jetzt auch erstmal gediegen, tot. Und da hinten, ich habe Angst, dass von der Seite wieder so ein scheiß Nemesis-Diot kommt. Ist er nicht tot? Nö. Ruffel. Ruffel-Kob-Del-Mau. Alter, wie sie denken, ich sehe sie nicht. Schon episch, oder? Ja, warte, ist hier. Pam, Junge. Da freue ich mich jetzt. Ist auch lustig. Die Centuris sterben nicht bei einem Schuss, außer der jetzt. Und den Nemesis-Toonz. Zack. Seht ihr das? Schon behindert, ne? Zack. Und noch mehr. Leute, da war doch gerade irgendwas. Oder? Ich will dich ihm jetzt gerade wieder mit irgendeiner Scheiße ein. Nee. Ey, hört das eigentlich auf irgendwann hier mit dem Centurio? Oder? Ja, nicht so. Naja, dann kommt mal mit, Jungs. Leute, was ist das hier? Ähm. Dann kommt mal mit, Kollegen. Ich glaube nicht, wir müssen einfach nur die Basis hier stürmen. Dann hören sie nämlich auch auf, hier da rum zu gammeln. Ja, ich sehe dich überhaupt nicht, Kollege. Oh. Oh, was haben wir denn da? Huah. Zack und zack und zack. Ja, ihr könnt auch mitkommen, ne? Ach, können sie nicht. Ups. Ja, komm doch mal her. Lol. Nee, hier hoch könnt ihr... Echt nicht. Alter, was willst du denn? Idiot. So, medizinische Station. Und wo ist jetzt das, äh, Cerberus? Teil. Hier ist es. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Deactivieren. Zack. Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gebe hier Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Missato ab und fliege dann zurück zum Rondevue-Punkt. Gute Arbeit, Lieutenant. Geht einmal Mission erfolgreich erledigt, würde ich mal sagen. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Missato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie lässt sich von einem Cerberus-Angriff nicht abschrecken. Gute Arbeit. Er geht zum Ende. Ja, dann mach's gut, Kollege. Und sonst, so ist ja auch nix los. Kriegsterminal, neue Alien. Alien-Spezies, die bislang bei der Politik der Galaxie nur heran der Erscheinungen waren, liefern nun Soldaten und Ressourcen, die dringend benötigt werden, um diesen Krieg zu gewinnen zu können. Allianz kennen wir, Tegel kennen wir. Weg damit. Braucht kein Sau. Gucken wir mal zurück zur Milchstraße. Zur Milky Way. Nee, Spaß. Halt hier. Galaxiekarte und so. Ne, Mädels. Ja. Ganz brav steht ihr da schon seit... seit... keine Ahnung. Euer ganzes Leben lang rum. ...undgelesene Nachrichten auf ihrem privaten Terminal, Commander. Äh. Bestimmt von dir. Commander? Ja. Gut. E-Mail. Mache Meldung. Von Lee Riley. Commander, mein Trupp verteidigt weiterhin den Treibstoffreaktor auf Seowen. Die Reaper wollen ihm LAN legen, aber nicht in meiner Wache. Wir werden die Stellung halten. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Was soll ich jetzt machen damit? Die Hände klatschen, oder was? So. Alter Schwede. Also, und darum verlassen. Das haben wir jetzt hier fertig gemacht. Gehen wir mal zurück ins Massenportal. Und was haben wir hier jetzt noch so... Oh Gott. Citadel, wenn ich das schon sehe hier. Schattenmeer. Au. Das hört sich doch mal... Alles ist voller Reaper irgendwie. Also. Was haben wir hier eigentlich? Gimini Sigma. Alles Gamma. Artika Beta. Gut. Hier leuchtet's. Schattenmeer Zuflucht untersuchen. Machen wir das doch mal. So, Freunde. Vom Horizont. Zuflucht untersuchen. Anflugumlaufbahn. Und was haben wir denn hier? Sieht aus wie die Erde. Also, Horizont ist eine gemäßigte Welt, die für Leben auf Kohlenstoffbasis geradezu ideal ist. Ihre Steckstoff-Sauerstoff-Atmosphäre wird dadurch Unmengen von Pflanzen und Bakterien aufrechthalten. Okay. Also, alles werde ich hier nicht lesen. Das dauert sonst gefühlte zwei Stunden. So, wen nehmen wir denn mit? Nehmen wir mal die Tali mit. Oder? Ne, komm, wir nehmen jetzt hier mal eine richtige Männeraktion hier. Pam-Junge und Pam-Junge. James-Alter. Annehmen. Gareth hat bestimmt auch ein paar Pünktchen jetzt bekommen. Gucken wir mal. Stätigen. So, sag ich doch. Sechs Punkte Überlastung. Überlasten Sie Elektronik mit dieser Kraft und betäuben Sie Ihr Gegner. Oh, das mag er doch bestimmt. Rang erwerben. Mehr kann er nicht. James hat zwei Punkte, kann auch nichts mitmachen. Ich habe auch zwei Punkte, kann ich auch wenig mitmachen. Jo, möchte ich mal sagen. Los geht's. Also, was zum Teufel wissen wir eigentlich über diesen Ort? Anne. Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Jo, dann finden wir es doch heraus, oder? Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Oriana, laufen. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Oriana? Das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schädenkommander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Machsam bleiben. Ja, wohl. Größeres Feuergefechts hier, Commander. Ja, aber wer hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Eilige Maria. Oh, oh. Haben Sie die Heuschrecke gesehen? Habe ich gesehen. Phantome. Die Mistkerle sind zählt. Ach was. Die haben wir vorhin ja auch schon... Die gehen wir auch schon auf den Sack. Oh, nee, ey. Ich hasse das, ey. Wieso sind jetzt auf einmal immer so viel Phantom-Zeug da? Dann gehen wir ja auf den Sack. Alter, wieso konnte ich... Leute, das habt ihr jetzt aber wirklich hier mitbekommen, ne? Na komm, na komm, na komm. Zack! Ha, 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 ha. Und was ist hier für eine Party-Action los? Zack! Gut. Die Missgestalt kommt jetzt gleich hier näher. Ach komm. Das kannst du aber keinem erzählen hier. Zack! Tod ist er. Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Und anscheinend haben die Reaper auf sie geschossen. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Jo. Das hätte ich auch gesagt, wenn nicht du wär. Aber nee, es sieht echt... Ist zwar nicht schön, aber doch... Ist schon episch, oder? Gut. Hier hinten ist irgendwas. Da gucken wir doch mal ganz schnell. Umgehen wir mal das Türchen.